Heute sezieren wir Würmer, längs, quer und auch mal rundherum. Herzlich willkommen, Honeyball. Herzlich willkommen, der Kekste. Oh, hallo, Palmere. Ich will nicht. Im Moment, damit es zu einer gruseligen Stimmung passt. Bewegt ihr auch gerade euer... Nein. Okay, wir haben immer noch mehrere dabei von letzter Woche. Ja, der ist noch immer mit dabei. Der kann einfach nicht genug kriegen von uns. Nee. Ich weiß auch nicht, wer... Oh! Lame. Langweilig. Anfänger. L2P-Mann. Noob. Jetzt hast du direkt die Möglichkeit, dich zu kriegen. Ja, aber das wird doch schön. Okay, also so... Und dann musst du erstmal hochkommen. Jetzt mal, Basti, krieg deinen Wurm erstmal hoch, mein Freund. Dann können wir mal weitersehen, was dir... Loll. Kommt ihr hier hoch? Mal gucken. Na. Das wäre auch... Zu schön gewesen. Doppelsprung vielleicht. Lass nimmst du ein Seil. Schwingst... Move your ass. Oh, Baby, schwing dein Seil. Seile schwingen. Typen finden es geil. Fail. Über dir und dann rüber schwingen. Hast du es? Jo. Jawohl. Auch. Ui. Löse die Mine erst aus. Oder nicht? Nee, nee. Ich mach das lieber anders. Häää. Oh Gott. Das war ein Blindgänger. Zwölf. Zehn. Achte zehn. Alles gut, alles gut. 97... 96... 93... 8... B. Los geht's. Boah, das war fett. Der war schön. Voll gut, Basti. Du bist besser als er. Guck mal, hast mehr Schaden gemacht, ey. Tatsache, ey. Vor allen Dingen... 55? So viel Schaden? Mir war das gar nicht mehr präsent. Oh, mir war das gar nicht imperfekt, dass ich so einen Schaden hatte. Oh, aber... Mir war das gar nicht nur mir... Ne, warte, falsch. Ne, ist in Ordnung. Oh, das war knapp. Oh, das sind Helme auf. Ja, ist gut. Ja. Der Wurm Zeratops steht einfach dazwischen. Ey, ich kann einfach keinen Schaden in dem Spiel man. Jetzt nicht werf so eine Granate. Einer kriegt Schaden. Alter, ist der da gerade hochgerast. Das sah ja cool aus. Vorsicht, ich bin der größte Fleischfresser aller Zeiten. Ich bin gestresst. Ich war aktiv. Klopp, klopp. Klopp, klopp. Klopp, klopp. So, weißt du, was ich jetzt mache, was richtig cool ist? Nein. Das haben wir noch nie gesehen. Oh mein Gott. Guckst du mal, wie geil das war? Wie geil war das denn, hä? Boah, das scheiß Killjump, du. Das ist ja, das ist ja, das ist ja, das ist ja. 360, no scope! Naja, also was? No scope was? Oh Mann, ihr macht mehr Schaden in einer Runde als ich im gesamten Spiel. Naja, wir machen mehr Schaden am gegnerischen Wörmann. Bei Eigenschuss bist du aber noch ganz von. Stimmt. Guck mal, der Dick... Joachim, wir haben ein Problem. Oh ja! Er ist genauso gut wie wir. Der könnte von mir sein. Boah, war das schlecht. Lol. Pass auf, es kommt sein... Ah, es kommt sein da und ich... Guck, das macht er den... Er gräbt sich einfach rein. Weißt du, was man eben so macht? Oh, guck mal, er hat auch Watermelon. Floppy Watermelon. Er hat sich gerade schon wieder beschwert, dass alle gegen ihn sind. Ernsthaft? Ja, ja. Jetzt schon wieder? For no reason. For no reason. Äh, wie rufst du denn den Chat auf? Rechtsklick und dann mit dem... Ah, ja, hier. Ah, hier. Why is everyone going against me? Like you hurt yourself right there. For no reason but to go against me. It's not nice. I love you, schreibt Basti. Und er so... Hm... Love is all you. Boah, das... Boah, Alter, da... Wer hat das denn jetzt gemacht? Ich war das. 15? Ja. Aber da unten... Der da unten... Der da unten hat auch nichts nachgegelt. Ich kann gar nichts machen. Ich kann nichts machen. Jetzt muss ich warten, bis ich wieder dran bin. Wie? Warum? Ich kann weder rechte noch blinke noch die mittlere oder die hintere Maustaste nutzen. Da ist es wieder. Ach, Mensch. Die hintere? Ich habe ja auch so eine Maus. Da sind noch Tasten unten drunter. Da muss man die mal anheben. Ah. Das ist echt gut. Ja, ich habe 75 Tasten an meiner Maus. Das ist cool. Ich habe 75 Mäuse. An deinen Tasten? Nee, ich habe tatsächlich so eine Verlängerung für ganz viele USB-Ports. Ach so. Und das sind 75 Mäuse. Und jede Maus ist halt fixiert auf einen Punkt. Ja. Über den ganzen Bildschirm verteilt. Ja. Und dann muss ich einfach nur noch klicken. Das ist wie Klavierspielen im Endeffekt. Oh, das klingt echt gut. Das ist mal ein Projekt. An die Klavierspiele unter euch. Ja. Wieder weg. Du hast das an einen kleinen Wurm gelegt, ne? Ich weiß, aber da ist ja noch ein Hirnwurm. Der muss sich jetzt bald bewegen. Der Hirnwurm. Und dann sprengt er den weg. Ist das ein Dicker? Das ist auch noch ein Dicker. Was soll denn das? Das ist ein Dicker. Du kannst ja mit dem Jetpack hochfliegen. Glaubst du nicht, dass der bis da hoch kommt? Der kommt doch bis da hoch. Kannst du dich teleportieren notfalls. Nee, könnt mich mal am Arsch lecken. Okay. Okay. So. Hier oben ist noch einer. Oh. Hui. Ähm, ja. Guck, weil Hanni hatte recht. Ups. Ja, 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 ja. Genau das hatte ich beabsichtigt. Oh, interessante Kombination. Wir werden sterben. Äh, nee. Ich hab nicht so viel. Da oben ist aber ganz schön viel los. Ja, warte mal, das war voll reinballern. Molotow-Koch. Oh mein Gott. Entschuldigung. In my heart, er ist am Feuer! Oh, na, na. Nein, nein. Warum immer nicht? Nein, 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 nein. Das hat überhaupt nichts gebracht. Du bist 20, ich lebe. Aber es brennt jetzt runter, das Feuer. Ja, aber du nimmst keinen Schaden. Oh, Murat hat ein Problem. No, nein, der kommt klar. Aber er grinst doch noch. Guck, wie fröhlich er ist. Möchtest du ein A kaufen? Oh, ja, weg damit. Antonio Banderas. Uhu. Ich fliege, ich lerne fliegen. Yeah! Oh, ein Walfisch. Oh, ich verbrenne ich den nicht. Nein, doch. Oh, er wurde geheilt. Ja, und du hast ihn sogar noch abgefahren. Oh, das Feuer ist weg. Kannst du ihn einfach stupsen? Einfach runterstupsen, dass er weiß. Oh, der kriegt ja nicht genug. Ja, dass er aber weiß, dass wir ihn hassen. Einfach stupsen. So richtig schikaniert. Stupst mit dem Finger einfach nur so. Das war besser als jeglichen Schaden, den wir ihm hätten zufügen können. Glaub mir, der Mann ist jetzt durch. Er ist wirklich durch. Oh, Moment, das ist eine Scheißsituation. Hallo. Oh nein! Nee, das ist ein Witz, oder? Landest du nicht, du bist doch nicht ernsthaft mit meinem Kopf geladen und hast dich dann da gesprengt. Das ist die Kopfpauschale. Was zum Henker? Wie geht's sowas, bitte? Gut. Ich bin heute auf der Jagd. Gesucht werden Booty's! Oh. Das ist so gemein. Bin ich gar nicht. Ich besiege nur Würmer. Ihr seid blöd. Mit P. Hinten, ne? Naja, klar. Blöd. Blöd. Kommt drum blöd. So, was schreibt er denn? Bei mir klingelt's gar nicht. Ich hab nur was geschrieben. Ich glaube, er hat nichts geschrieben. Man ey, dann spiel doch so ein Spiel nicht. Das kannst du doch nicht machen, ey. Boah, das war ein guter Schachzug, Junge. Nö, einfach hingehen, explodieren, dann ist er tot. Ja. Oder irgendwas hinschmeißen. Nein, nicht, ja. Das war ein guter Schachzug, er könnte von mir sein, so gut war er. Ja so, du meintest das ironesisch. Ironatisch heißt es. Ach, Verzeihung, ich bin nicht so gut im Mathe. Wie heißen die Anwohner in Ironesien? Was? Wir sind gerade ein Erdkommunen. Das ist ja auch kein Land. Ey, ich und Schule. So, mach mal was jetzt hier. Ja, ist doch gut. Nein, was, wie mach ich was? Ich gebe Kochkurse, Mann. Ich gebe Kochkurse. Nee, ich meinte, du solltest was anderes machen, bitte. Oh. Ich glaube, das wird nichts, wir machen das immer so. Komm, ich kann das, ich hab's ja so drauf. Du hast das voll drauf. Ich hab's so drauf. Stell auf zwei, dann explodiert es direkt über ihn. Sag mal, ich glaube jetzt gerade. Du musst schon freien Himmel suchen, sonst kommt das Ding zurück. Nein, nein. Fünf, vier, drei, zwei, eins. Eins. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Hey! Fuck. Fucker. Oh ja. Was? Ja. Entschuldigung. Hör mal, es kann sich immer mal ne Atombombe verirren. Ja. In mein Auge. Oh. Plup. Direkt. Oh. Du schadest damit nur... Niemand. Nicht mal selbst? Nee. Nicht mal Kotelett. Okay. Ich kann mich nicht mal selber umbringen, ey. Was kann ich eigentlich? Hallo! Ich drücke immer viel zu lange. Ich will eigentlich immer ganz kurz gedrückt halten und dann ist es... Oh, das ist auch ein kleiner Wurm, oder? Ist das ein kleiner Wurm? Fuck. Okay. Wieso fuck? Na, weil ich den Hampelmann jetzt hier umdödel will. Hm. How about... Giving a fuck... ...of your game... ...and just... ...getting... ...all the hell... ...for me. Oh, oh. Läuft! Alles gut. Weiter geht's! Huh! Waaaaaah! Hello! Bist zu klein. Bist zu klein. Bist zu klein. Boah! Alter, der Skill ist... Nee, eigentlich dachte ich, dass da die Minen auch explodieren. Hätte ich auch gedacht. Schade. Tun die nicht. Warum sollten Minen auch explodieren von irgendwelchen Explosionen? Das verstehe ich auch nicht. Nein. Wir sind beides Blindgänger. Das wäre äußerst tragisch. Oh nein! Er wechselt zum Wurm! Dirty Doper! Oh! 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 Holy shit! Holy shit! Holy shit! Oh, der ist bestimmt nicht so drauf wie wir. Doch, doch! Ne, ne. Da ist ein Pixel direkt vor ihm. Er kriegt's voll ins Gesicht. Ne, ne. Okay, jetzt wahrscheinlich nicht mehr. Jetzt, wo er sich bewegt hat, ist er durch den Pixel durchgegangen. Und zurück! Oh, schade! Oh, das war gar nicht so kacke. Ne, das geht... Ach komm, das kriegt ihr doch gar nicht mit. Das ist Egbert. Das kriegt ihr doch gar nicht mit. Das ist Egbert. Gött mich nicht! Oh, Egbert! Egbert kriegt das! Jawoll! Oh mein Gott! Was? Jetzt schon? Wir müssen den Hunderter da runter holen, ne? Wuhuuu! Ja, wir müssen den Typen malen auf jeden Fall holen. Wuhuuu! Achso! Warte, warte. Er ist drin. Da hab ich doch... Ne, was ist das jetzt? Ist das das hier? Ja. Genau. Da kommt die Polizei. Äh, und der Krankenhaar. Feuerwehrwagen. Das ist ein fetter, das wird nicht so einfach. Das geht nicht. Das ist unmöglich, ey. Du musst ein Seil nehmen. Willst du den 51er vielleicht einbauen? Das wäre natürlich auch eine asoziale Art und Weise. Yay! Rup! Oh! Mine hast du schon ausgelöst, ne? Bin mir nicht so sicher. Ich auch nicht. Hup! Hup! Du kannst mit dem dicken jetzt wenigstens die... Oh! Nur zum Glück hast du schon ausgelöst. Ach herrlich. Ach herrlich. Ach herrlich. Halleeey! Hallo. Halleeey! Hallo! Hallo! Oh, ich hab eine lustige Idee! Wenn die Minen, wenn die Minen nicht ausgelöst, also keine Bandgänger sind, dann explodieren die genau jetzt! Wohooo! Oh, du schickst die sogar runter zu! Oh. Nichts passiert. Alles gut. Alles gut. Alles gut. Oh man, das... Ach der Eggie, ey. Ich mag den Eggie. Du steckt ja auch wieder mein Eggie drin, ne? Jetzt nicht. Hä, hä, hä. Ja, der war gut, ich weiß. Er war... War schon. Hä, hooo! Höchste Qualitätsstufe. Oh. Hier so nen... So nen Dragon Punch oder so hier. Oh, der fällt sich nämlich tief. Mhmm. Der muss erst mal wieder hochkommen. Der muss fast... Das ist ein Fetter, der kommt doch nicht wieder hoch, oder? Ich dachte, ich schick ihn einfach so jetzt rüber. Oh, ganz weit weg. Zu uns? Ja genau, zu uns rüber. Ohhhh! 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 Story of my life. Jetzt fliegt er da rüber. Jetzt fliegt er da rüber und tötet Egbert. Oder... Ah! Was? Der lebt ja noch! Was will er denn mit dem jetzt machen? Ach so, der beamt den weg? Ne, er wegporten natürlich. Das ist auch noch ein dicker, ne? Den kriegen wir nicht so leicht weg. Hm. So beamt den nicht nach ganz oben? Damit wir ihn nicht, äh... Mit dem Beldbauschleger wegschicken können. Du hast doch gesehen, wie wir ihn... Wie wir ihn weggestupst haben. Aus lauter Bösartigkeit. Das ist wirklich der beste Move des Abends. Oh, da kannst du aber jetzt jemand mit... Also, haben wir uns mit Wasser? Ne. Ich glaube nicht, ne? Schade. Ne, der ist eh tot. Der kommt sicherlich nicht wieder. Weeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeuuuuu. Heeee. Vorsicht... Nicht nochmal... Huhuhuhuhuhuhu. Oh. Oh nein, ich stehe in einer wunderbaren Kick-Situation... Ne, Moment... Ne. Ehingle Bananil damit! Kannst du das auf uns werfen? Oh feilige Scheiße. Oh. 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 Oh Gott. Oh. 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 Äh, hä? Habe ich irgendwas verpasst? Mhm. Oh, hat, hat Basti gerade die Banane geworfen? Ja. Ach so. Wann geht der jetzt hin? Ach du dumme Oma! Ach, die und ich bin gut. Das ist ja... Lalalala, drei, zwei, zwei, eins, komm schon weg. Du die, du die, du die, du die, du die, du die, du die. Wow, tschüss. Und die Biene noch hinterher. Na? Na ja, wenigstens hat die Oma irgendwas gebracht. Ja. Und sie hat dich wenigstens nicht angepupst, ist doch auch immer schön. Ja, der ist an mir vorbeigezogen. Ja, der ist an mir vorbeigezogen. Oh man. Schon wieder diese Bananen-Action. Oh nein. Oh nein. Keine Bananen-Action. Wo seht ihr denn hier eine Banane? Das ist ein Pallos im Bauern, ich werde euch meinen Penis ins Gesicht drücken. Oh, das ist ja schön. Oh, habt ihr das? Oh shit. Nein. Nein. Das ist doch kacke. Der ist so ein Arsch. Oh, er ist tot. Er ist tot. Ach du. Oh. Ach du Scheiße. Gut, aber ich glaube, wir haben uns diesmal ganz gut getarnt, oder? Ja doch. Ey, da kann er jetzt nichts sagen. Ne, da kann er echt nichts sagen. Doch er sagt irgendwas. Warte, warte, warte. Ja, was sagt er? Du hast dich selbst getötet, um zu sicher zu machen, dass ich getötet wurde. Ich habe keine Ahnung, was ich mache, also ich weiß nicht. I'm just a worm. I'm just a worm. Ja. So einfach ist das. I'm just worming. Basti, your turn. Your worm. Your turn. I'm just a worm. Das ist die beste Ausrede, oder? Ich bin nur ein Wurm. Tut mir nett. Ich weiß überhaupt nicht, was ich mache. Ich bin ein Wurm und habe auf einmal Arme. Was soll ich damit machen? Ähm. Das ist evolutionstechnisch überhaupt nicht vorgesehen. Ich bin dick. Du bist so ein Dick bist du, ey. Weißt du das? Ich erspann dick. Ja. Mir geht's gut. Mir geht's gut. Mir geht es ausgezeichnet. Ich finde auch. Ich fühle mich wohl und zufrieden. Mama. Die Mine wurde, glaube ich, noch nicht ausgelöst. Nein, Honey. Nein. Das ist Egbert. Egbert wird dich töten, wenn du etwas gegen ihn machst. Nicht. Lauf dein Herz, Honey. Hör auf. Das tut sie gerade. Das sagt dir dein Herz. Das feiert jetzt. Nein, ich hab verloren. Was? Ach, das war dein letzter? Das war mein letztes Würmchen. Oh, da habe ich ja einiges verpasst. Isa hat noch zwei. Aha. Du scheiße. Aber ich glaube, du hast noch Weapons of Mass Destruction. Aha. Oh nein, hast du nicht. Nein, du hast keine Tollen dürfen. Nein, hast du nicht. Nein, das ignorierst du einfach. Du hast keine Tollen dürfen. Das siehst du nicht. Die sind nicht da. Die existieren gar nicht. Schrotflinte. Schrotflinte. Guck mal, da hinten ist ein Lagerfeuer. Das ist... Oh ja, stimmt. Mit drei... Mit drei Baumstümpfen. Lagerfeuer. What the hell? Wer hat das denn gemacht? Es ist kein Wunder, dass die Wikinger ausgestorben sind. Einfach mal so einen Baum absägen. Entzünden. Wahrscheinlich haben sie die drei Klumpen oder Holzstümpfe zusammengebracht und auf einmal haben die sich irgendwie entzündet. So puff. Richtig. Aus... Ausm... 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 Oh, Basti. Basti. Oh, Basti. Du machst das so wunderschön. Aber hier mit zufällig... Dann... So... So... Ja... Na ja. Sieht ein bisschen aus. Ja, doch. Doch, ja. Ja, ja. Ich mal das dann einfach mal. Halleluja! Oh! 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 Das Overkill. Das Overkill, du. Drei und ne zwei hab ich gesehen. Ich auch. So. Rindey. Na warte, das kriegst du alles zurück. 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 Da. Hier. Das kriegst du alles zurück. Alles. Das ist das. Oh, ja. Lebe ich noch? Nein, doch. Oh mein Gott! Was für eine Scheiße ist das denn? Wie? Wie? Äh... Oh Gott. Nein! 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 Jetzt mach dann hoch! Nein! Und weg bist du. Nein! Nein! Was könnten wir denn jetzt mal hier... Okay, Moment. Ich muss... Nicht die Oma. Nee, keine Oma. Keine Oma. Ich... Ich verlange wieder ein wenig Skill. Ja? Entweder es geht gut oder nicht. Wieser. Scheiße. Das ist ja wahrscheinlich. Was? Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott, Basti. Ist das dein Ernst? Ja. Das ist glaube ich zu hoch. Zu steil. Aber gut, du machst das. Du machst das, Basti. Du machst das. Ich glaube nicht, dass das zu steil ist. Hau rein, Baby! Hau rein! Mach es! Mach es! Mach sie fertig! Ich mache es! Ich mache es jetzt! Oh! Geh weg! Geh weg! Oh! Falsche Richtung! Okay. Ah! Oh! Oh! Ach du Scheiße! Gebt euch die Hand! Okay! Es geht vorbei! Was mache ich denn jetzt? Wie mache ich den jetzt? Wie mache ich den dann jetzt weg? Irgendwie! Was ist denn das? Das ist der Rinderblitz. Ne, nicht der Rinderblitz. Ich habe noch ein Schaf! Ich habe noch ein normales Schaf! Ich habe noch ein normales Schaf! Ich habe noch ein Schaf hier im Rucksack! Was passiert, wenn ich das da... prallt es dann da ab? Springt es weiter? Trifft es? Ich weiß es nicht. Naja, du kannst ja... Und jetzt, Leitkasse! Oh! Oh! Ich glaube, dass Isa trotzdem gewonnen hat, aber... Ja, aber mit Tod! Ja! Oh! Und ab ins Wasser! Hui! Alle Spuren verwischt! Chapeau! 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 Wir sind beide Gold! Ja! Ich bin... Oh! Bromse! Guck mal, wie nur Isa und ich da hier links zu sehen sind! Aha! Oh yeah! Ich sag mal so, eh! Franz, da muss aber mehr kommen! Noch höchster Durchschnittsschaden! Höchster Durchschnittsschaden! Meiste angesäppelte Kisten! Mittelfinger in your face! Wieso nur ins Face? Ich hätte gerne... Poppes! Oh! Dann kriegst du dann das, was du gemalt hast! Mhm! Superscharf! Oh, jetzt hat sich mein Worms geschlossen! Oh! Ich kann dir noch vorlesen, was er gesagt hat! I hate you guys! Lol, lol, lol! Ach so! Schreib Roffeln zurück! I'm still depressed! Und Basti meinte dann irgendwie Kussmund! Wow! I'm seriously attacked every round you could... Ah ne! I'm just a woman! Not yet a woman! Hahaha! 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 Das heißt aber eigentlich, I'm not... I'm not a girl! Aber das... Ich hab halt gedacht! Weißt du, verstehst du das? I'm not a woman! Dum 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 dum! Oh yeah! Not yet a woman! Das war doch jetzt echt toll! Ja, wir müssen hier raus, ne? Ja! Hm? Äh... Tschüss! Tschüss! Das war fun! Tschüss!